2023 habe ich mein 40-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert und das konnte ich, weil mir ein Mentor ermöglicht hat, nach Abschluss meines Mathematik- und Physikstudiums als 22-jährige Frau auf einem Kongress auf der Bühne einen Vortrag zu halten. Vor ein paar Jahren bin ich als Mentee in den Genuss dieses wundervollen und so großzügigen Mentoring-Programms der GSA zu kommen und so wie ich gestrickt bin, ist es mir ein tiefes Anliegen, dass ich das, was ich bekommen habe, das, was mir gut getan hat, das, was mich bestärkt hat, jetzt wieder Next Generation weiterzugeben. Sehr gerne begleite ich dich als Denk- und Sparring-Partnerin durch dieses Mentoring-Jahr. Was ich besonders gerne mache, ist, dir zu helfen, noch klarer zu erkennen, wofür du stehst, wofür du brennst, was dir wirklich wichtig ist, wofür du die Wirkmacht der Bühne nutzen möchtest, um bei deinem Publikum einen Mehrwert zu schaffen. Wenn du bei mir im Hintergrund ein Mehr siehst, mein Mehr der Möglichkeiten, dann ist das kein Zufall. Ich bin nämlich begeisterte Extremtaucherin und ich bin so dankbar, dass ich das, was ich in meiner Freizeit gerne mache, das, was mir als Mensch wichtig ist, auch auf den Bühnen im Business so gut nutzen kann. Und darin möchte ich dich auch bestärken, dass du die Synergien zwischen den unterschiedlichen Lebensbereichen noch wirkungsvoller erschließt und auch, dass du eine gesunde Life in Balance findest. Eins ist noch eine Spezialität von mir. In der Physik war es immer schon üblich, dass man Erläuterungsgeschichten wie fahrende Züge oder Rolltreppen, Zwillinge im Weltraum oder die berühmte Schrödinger Katze genutzt hat, um schwer verständliche Themen prägnant, einprägsam zu vermitteln. Storytelling ist daher meine Lernmuttersprache und sehr gerne unterstütze ich dich darin, Erläuterungsgeschichten, Überzeugungsgeschichten dafür zu nutzen, um deine Inhalte noch wirkungsvoller zu vermitteln. Und nicht zu vergessen, ordentlich mit Humor zu würzen. Ich freue mich, wenn ich dich bestärken und ermutigen kann, inspirieren, dir zeigen kann, mehr Möglichkeiten, dass du erfolgreich deinen Weg gehst. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, bei mir ein ganzes Meer der Möglichkeiten und damit mehr Erfolgschancen. Ich freue mich darauf, diese mit dir zu erschließen.